Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Wir sind hier gerade auch schon auf dem Weg zu einer Firma und wir holen unsere Ladung ab. Wir sind hier in Bergen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Aber es gibt auch etwas Neues und zwar haben wir ein neues Design. Jetzt diese blauen Streifen. Finde ich ganz cool, deswegen habe ich das einfach mal genommen. Und jetzt müssen wir hier einmal rechts reinfahren und unseren Auftrag annehmen. Wir fahren nämlich heute von Bergen nach Oslo. Und mal schauen, wir transportieren Dachziegel, 27 Tonnen. Ist schon ordentlich, 27 Tonnen Dachziegel. Aber ich denke mal, das bekommen wir hin. Es ist hier früh am Morgen, 5.25 Uhr. Und dann würde ich sagen, beladen wir mal den LKW und dann geht's los. So, es ist jetzt etwas spät. Es ist jetzt 6.25 Uhr. Wir sind jetzt beladen und fahren jetzt von Bergen nach Oslo. Mit unserem schicken neuen Design. Ich denke mal, jetzt kann ich das nochmal ein bisschen besser zeigen, weil es heller ist. Hier finde ich ganz schick. Mit dem V8 hinten drin im Cockpit. Und das komplett neue Design. Im Innenraum hat sich auch einiges getan. Und zwar haben wir jetzt, ja wie gesagt, dieses V8-Schild. Und auch so ein Board hier vorne, über dem Navi. Für Portemonnaie, so eine Figur und eine Sonnenbrille. Sonst hat sich eigentlich nicht viel getan. Wie gesagt, nur das Design und das bisschen hier drin. Und dann warten wir noch eben. Und dann fahren wir jetzt nach Oslo, würde ich sagen. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.